Hi gute Peoples, hi gute Leute hier. Was ist los hier? Es pisst jetzt seit Tagen hier du, das ist ja das ganze Shitwetter hier, es fängt auch zu donnern hier und da habe ich jetzt mal ein Video für euch gemacht, wie es runterrasselt und so, das könnt ihr euch mal angucken. Bis dann und viel Spaß bei dem Regio Video, bis dann. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.